Ja, das war sie also. Donald Trumps erste Rede vor dem amerikanischen Kongress. Versöhnlich ja fast zahm hat er dabei gewirkt. Besonders wenn man diese Ansprache mit der vergleicht, die er bei seinem Amtsantritt gehalten hat. Professor Jäger ist bei mir im Studio. Warum ist er denn jetzt so ganz anders aufgetreten? Nun, seine Rede beim Amtsantritt, das war eine aus dem Wahlergebnis gezogene Selbstermächtigung, die ihn, die Exekutive, jenseits des politischen Systems stellte, das ja über Jahrzehnte hin die Probleme nur vor sich hergetragen hat und nicht gelöst hat. Und das hat er auch in den ersten Wochen versucht, so zu regieren, die ganzen Dekrete, die er öffentlichkeitswirksam unterzeichnet hat und dachte, damit würde etwas in Gang gesetzt. Nun waren das auch vier Wochen, in denen er viel gelernt hat. Nämlich, dass damit erstmal überhaupt nichts in Gang gesetzt wird. Sondern es bricht daran, dass erstens Gerichte darüber entscheiden, ob das rechtmäßig ist und verfassungskonform ist, dass das Parlament darüber entscheidet, ob es Geld für bestimmte Maßnahmen gibt. Und so hat er jetzt eine Rede gehalten, die in allem außer ihrem Namen eine State of the Union war. Genau in dieser Form, genau in dem Duktus, in dem man sie hält. Und es ist ja nicht vorstellbar gewesen, wenn wir jetzt mal die Rede der Inauguration in den Kongress verlegen, dass er sich hinstellt und sagt, Sie sind diejenigen, die jetzt über Jahrzehnte nichts gemacht haben. Sie sind eigentlich diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass es den Menschen so schlecht geht. Das hat er an einer Stelle aufgegriffen, aber sehr zurückgenommen. Und nach dem Motto, das sind die großen Probleme, die wir jetzt gemeinsam bewältigen müssen. Das ist schlicht eine andere Darstellungsweise. Und wir müssen jetzt beobachten, wie er das in die Praxis übersetzt. Ob das also freundliche Worte zu einem harten Handeln sind oder ob er wirklich versteht, dass in den Vereinigten Staaten politische Entscheidungen im Miteinander der Gewalten getroffen werden. Aber es scheint ja immer noch, dass er sehr von diesen Gedanken getrieben wird, all seine Wahlversprechen umsetzen zu wollen, egal wie unrealistisch sie auch damals waren. Das ist so. Das ist etwas, was die Amerikanerinnen und Amerikaner übrigens gut finden, selbst wenn sie es inhaltlich nicht gut finden, dass einer etwas sagt und das am Ende dann auch zumindest versucht zu machen. Zum anderen ist es so, dass er für eine ganze Reihe seiner Maßnahmen, auch wenn die von europäischer Sicht aus sehr umstritten sind, Zustimmung in den Vereinigten Staaten erhält. Es gab sogar zum Einreiseband eine Zustimmung von mehr als der Hälfte der Bürger. Es gibt eine große Zustimmung zur Wiederaufnahme des Kohleabbaus und der Kohleverfeuerung in den Staaten, die es betrifft. Nicht in Kalifornien, das ist richtig, aber in Kentucky, in West Virginia und anderswo ist das der Fall. Also es ist nicht so, dass Donald Trump gegen eine große Mehrheit regiert, wie das hier immer dargestellt wird, sondern für die einzelnen Maßnahmen erhält er Zustimmung. Und das ist möglicherweise auch ein wichtiger Impuls gewesen für die Art und Weise, wie die Rede aufgebaut wurde, auch welche Gäste eingeladen wurden, wie sehr man auch die Demokraten mit eingebunden hat. Denn in den USA wird das ja auch selbst so dargestellt, als stünde der Präsident allein und das ganze politische Establishment in Washington würde sich nur mit der Frage beschäftigen, wie wären wir denn wieder los. Und wenn das der Eindruck der letzten vier Wochen ist, dann bekamen die Amerikanerinnen und Amerikaner mit dieser Rede und der Art und Weise, wie sie im Kongress aufgenommen wurde, ein ganz anderes Bild vermittelt. Nämlich ein Präsident, der mitten in der Legislative steht und Applaus erhält. Aber wie er all seine Versprechen wirklich umsetzen möchte, ist ja immer noch völlig unklar. Hier auch bei dieser Rede, wie er seine Wirtschaftsagenda umsetzen möchte, ist immer noch nicht klar. Das ist richtig und da haben viele gehofft, dass es doch mehr an Informationen gibt. Aber im Vorfeld hat Finanzminister Mewschin schon darauf hingewiesen, dass das wahrscheinlich bis in den August dauern kann, bis die Konturen dieser Steuerreform sichtbar werden. Und jetzt muss man mal abwarten, wie das Stück für Stück bekannt wird. Es ist komplizierter, als es Trump dachte, in jedem einzelnen Politikbereich. Und er wird gelernt haben aus diesem Einreisebann, dass er sich bei den nächsten Maßnahmen nur wirklich erst mal gut überlegt, wie setzt man das um, um nicht wieder auf die Nase zu fallen. Vielen Dank, Professor Jäger, für Ihre Analyse. Sehr gerne.